Geosystem steht für GeoIT und Kompetenz in der GeoIT. Vom reinen Softwarevertrieb kommen, bieten wir jetzt komplexe Kundenlösungen an. Wir befähigen Unternehmen, Behörden und Organisationen, deren räumliche Daten aufzubereiten, zu analysieren, zu verteilen und schlussendlich besser zu verstehen. Unser Fokus ist die Automatisierung. Wir arbeiten agil und qualitätsbewusst. Dabei liegt uns die Nähe zum Kunden besonders am Herzen. Sentinel UAV Radar-Daten-Luftbild. Bei der Rasterdatenverarbeitung stehen wir in der ersten Reihe. Wir vertreten seit 30 Jahren Hexagon Geospatial Produkte. Zum Platinum Partner wurden wir ernannt, weil wir beste technologische Fachkompetenz und langjährige Anwendungserfahrung in allen Branchen bündeln. Das wurde mit einem Treueerwart ausgezeichnet. Der ist uns Motivation für die Zukunft. Darüber hinaus entwickeln wir eigene Produkten. Imagine UAV prozessiert vollautomatisch Drohnendaten. ADCOR entfernt atmosphärische Störungen aus Satellitendaten. Und No Clouds generiert Wolken und Wolken schattenfrei perfekte Sentinel-2-Bildmosaicke. Ich spreche gerne über ein Beispiel. Lassen Sie mich ADCOR und No Clouds vorstellen. Dunst, Wolken, Schatten beeinträchtigen und verfälschen die Bildanalyse von Satellitendaten. Die Kombination aus ADCOR und No Clouds erzeugt allerdings brillante wolkenfreie Bildmosaicke. Und das automatisch. Darauf warten viele schon lange. Wem hilft das? Jeder, der Zeitserien, Change Detection oder Monitoring im Kopf hat. Wir haben auch eine Lösung entwickelt, die aus Satellitendaten die EU-geförderten Agrarflächen objektiv und vollflächig ableitet und somit quantifizierbar macht. Mit unseren Tools, mit passgenauen Regeln und Methoden und dies höchst automatisiert.